Gerade am Eingang erhob sich eine Treppe von Zedernholz, die auf zwölf Staffeln zu einer Sprungbrücke führte. Rings an den Marmorwänden der Galerie wie des Beckens verkleideten zahllose Reliefs die Mündungen der Röhren, die den Wasserkünsten und der Luftheizung dienten. Ohne ein Wort legte das Weib das Badegerät auf die weichen Kissen und Teppiche, die den Boden der Galerie bedeckten, und wandte sich zur Tür. »Woher bist du mir bekannt?« fragte die Fürstin, sie nachdenklich betrachtend. »Wie lange bist du hier?« »Seit acht Tagen.« Und sie ergriff die Türe. »Wie lange dienst du, Cassiodor?« »Ich diene von jeher der Fürstin Gotelindis.« Mit einem Angstschrei sprang Amalaswinter bei diesem Namen auf, wandte sich und griff nach dem Gewand des Weibes. Zu spät, sie war hinaus, die Türe war zugefallen, und Amalaswinter hörte, wie der Schlüssel von außen umgedreht und abgezogen ward. Umsonst suchte ihr Auge nach einem anderen Ausgang. Da überkam ein ungeheures, unbekanntes Grauen die Königin. Sie fühlte, dass sie furchtbar getäuscht, dass hier ein verderbliches Geheimnis verborgen sei. Angst, unsägliche Angst fiel auf ihr Herz. Flucht, Flucht aus diesem Raum, war ihr einziger Gedanke. Aber keine Flucht schien möglich. Die Türe war von innen jetzt nur eine dicke Marmortafel, wie die zur rechten und linken. Nicht mit einer Nadel waren ihre Fugen zu dringen. Verzweifelnd ließ sie die Blicke rings an der Wand der Galerie kreisen. Nur die Tritonen und Delfine starrten ihr entgegen. Endlich ruhte ihr Auge auf dem schlangenstarrenden Medusenhaupt ihr gerade gegenüber, und sie stieß einen Schrei des Entsetzens aus. Das Gesicht der Meduse war zur Seite geschoben, und die ovale Öffnung unter dem Schlangenhaar war von einem lebenden Antlitz ausgefüllt.